Was? Wo hast du dein Essen? Ich hab immer noch Hunger Iiiiih, Menschen Mach deine Kamera an, nimm dir den Mund und wir springen Ich hab immer wieder, nimm dir die Neue Japan, nimm dir den Mund – aber ich darf nicht, nimm dir den Mund Wer sind, aber ich darf nicht nimmst – du kannst doch nicht nennen – und du kannst nicht nennen – nicht nennen – nein, nennen – und ich mag nur – und ich kann auch keinen – ich kann auch nur – unser Geld –gib oder doch – und mein was – du kannst – wash Oh my god! Fly away We'll take it to that day Can we watch it? Fly, fly away Can we fool? Can we let it fade? Can we let it fade away? Can we fool? Can we let it fade? Can we watch it fade away? 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 No way, I'll let you say bye That's the same thing, right? No way, I'll let you say bye You said there ain't no meaning I just wanna understand Everything that matters here The tear drops when I hold your hand No way, I'll let you say bye No way, I'll let you say bye No way, I'll let you say bye Can we watch it fade away? Can we watch it fade away? marcel ist geisteskrank er will diesen jump hier drüber über die hecke machen darunter ich zeige euch die landung er muss wirklich präzise zwischen die zwei dingern hier landen sonst landet er auf stein ok jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller die landung ist nicht wirklich so hart tatsächlich weil die die erde ist bisschen so aufgeweicht und weiß nicht wo man sieht hier schon fußabdruck hinterlassen von dem ersten sprung hier bennie will sich den sprung wagen ich würde die fronte noch so gut hinbekommen dann würde ich fronte machen aber perfekt so frontflip ist in coming david big david big let's go jetzt muss ich da auch unterspringen aber ohne flip ich mache ohne flip oder ist halt echt eklig ne guck mal habe ich jetzt fast nicht gesehen aber wäre jetzt bei der rolle extremer scheiß gewertet geworden werden wurden tun ich bin mal kurz den sprichchen aber schau mal kannst du essen ich hätte das gemacht doch da gibt es nichts rein da ich muss dem einfach vertrauen ich würde gerne die landung hier sehen man ich kann sie so ein bisschen sehen ok ok bereit ich war schon nach hier guck mal ich bin hier gelandet das war nicht das war nicht weit von dem stein du ich habe ihn gesehen da hast du mir so egal einfach ein bisschen vorne gehen und rollen dann passt es ja ja ich habe die landung gehört bis hierher alter weiter eine runde ein bisschen weiter nach hinten lehnen beim stepwolf okay ja 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 füße falsch ich hoffe man hört uns aber es ist halt extrem laut wegen dem schweiß hier das war wirklich scheiß alles gut er hat fast eine flugrolle gemacht aber eigentlich so hättest du mich auch geflügt, wär ich abzuhalten ja alles gut Digga ich kann kein deutsch mehr es ist halt exakt dasselbe ja ich mein aber wenn ihr die höhe gut jetzt sieht es nochmal anders aus aber es ist schon hart warte ich stell mich daneben maß ist ungefähr 1,80m oder? 1,72m 1,72m 2,20m eigentlich also eigentlich 3m das sind so 2,75m 1,72m 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 1,72m